ja typische aufgaben berechne vorteilhaft und daran müsst ihr euch auch wirklich halten denn wenn ihr euch die rechnung anschaut 2 mal 334 mal 5 2 mal 334 würde noch gehen 5 mal 334 ist schon kaum mehr im kopf zu rechnen wenn ihr aber zum beispiel jetzt hier das kommutativgesetz anwendet und euch sagt das eine mal noch irgendwas mal noch irgendetwas könnte ich auch hinschreiben in der reihenfolge 2 mal 5 mal 334 2 mal 5 ist 10 und 10 mal 334 ist ganz easy zu rechnen denn 334 mal 10 ist ja nur hinten die null dran und danach müsst ihr dann entsprechend suchen 12,5 mal 33 mal 8 sieht ja furchtbar aus in erster linie aber wenn ihr 8 mal 12,5 was ja auch nicht für viele nicht schön aussieht aber typischer wert 8 mal 10 ist 80 8 mal 2,5 ist 20 8 mal 12,5 ist dann ich schreibe jetzt nicht extra in der reihenfolge hin ich denke es ist klar dass ich das dann entsprechend ausrechnen kann zu 100 mal 33 ist gleich in dem falle zwei nullen dran also ihr solltet immer suchen ob man eventuell auf mit einer rechnung auf 2 mal 5 gleich 10 kommt oder mit irgendeiner rechnung auf 100 oder 1000 das sind eigentlich gängige sachen an dieser stelle sucht man dann vergeblich nach der möglichkeit auf 10 oder 100 zu kommen wenn ihr euch aber 2 mal 2,5 ausrechnet ist 5 ist eigentlich auch ein sehr angenehmer wert 5 mal 77 das könnte man jetzt noch relativ entspannt im kopf machen ich bin ja sowieso ein fan vom kopfrechnen wenn ihr euch jetzt überlegt 5 und euch die 77 aufteilt in einmal die 70 ich mache es mal das was in eurem kopf abgehen sollte 5 mal 70 7 mal 5 ist 35 und 0 dran bleibt noch die 7 übrig also 5 mal 7 das wäre 35 beides zusammengerechnet 385 ihr sagt sicherlich zu recht das sieht jetzt aus wie schriftliches rechnen aber das wäre eigentlich nur das was ihr im kopf rechnen solltet indem ihr die 77 zerpflückt eben in 70 und 7 und jeweils mit 5 multipliziert und dann beides zusammen zählt und mit 5 multipliziert ist das eigentlich relativ easy ansonsten die meisten aufgaben führen eigentlich immer auf werte wie 10 oder 100 passt ein bisschen auf und auch wenn ihr vielleicht schon den taschenrechner benutzen dürft trainiert das kopfrechnen es wird euch unheimlich helfen in der nächsten zeit